Jakob trennt erfolgreich Paare. Wenn die Scheidung gerecht vollzogen wird, ist selbstverständlich mit keiner weiteren Sachbeschädigung mehr zu rechnen. Und Marie bringt sie wieder zusammen. Und jetzt bleibt in dieser Emotion. Ihre einzige Gemeinsamkeit. Sie sind Trauzeugen. Das war mein Parkplatz. Ich hab beruflichen Termin. Merger. Der ist lebensverändernd wichtig sogar. Du bist Jakob. Du bist Marie. Ja, ich bin hier für einen Merger. Einen lebensverändernden Merger. Doch das ist nicht alles. Die Braut ist hochschwanger und der Bräutigam verhindert. Marie und ich sollen jetzt diese Hochzeit treffen. Partyradbeutin, Scheidungsanwalt und jetzt planen wir erstmal die Hochzeit eurer Freunde. Das ist der wichtigste Termin deines Lebens und das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 1, Sandwiches. Wir müssen als Team funktionieren und das ist Regel Nummer 1. Du hast keine Ahnung von Regelnummerierung. Und was jetzt? Ein Paar, das ich mal therapiert habe, haben einen gut geehrt und würden uns das für die Hochzeit geben. Wir treffen uns morgen früh um 6, weil wir ein bisschen fahren müssen. Ja, aber wo ist das denn? Frankfurt. Ja, wo in Frankfurt? Oder. Oder was? Frankfurt oder. Was? Ich garantiere euch, es gibt wirklich keinen romantischeren Ort als den hier. Tada! Heiraten beim Schweinebauern oder was? Jakob, wir schaffen das. Du musst nur ganz fest daran glauben. Mit der kann und werde ich nicht arbeiten. Wie kompliziert kann das sein? Mach doch deinen Scheiß alleine, Mann. Und jetzt fängst du gleich an zu lachen, dein Kinn zittert und bam. Hab ich doch gesagt, nix, bam. In dem Moment, wo du heiratest und Kinder kriegst, stirbt ein Teil deiner Persönlichkeit. Wow, das ist richtig gut. Das solltest du in deine Hochzeitsrede einbauen.